Ein Thema zum Schluss noch, das uns heute auch noch bewegt hat, ist nämlich wieder Tönnies. Wir haben hier vor drei Wochen gesessen, unter anderem Ralf Stegner mit ihrem Bundesarbeitsminister, mit Hubertus Heil. Und er hat gesagt, Mensch, der Tönnies, der muss im Zweifel dafür haften, für die ganzen Corona-Kosten dort in der Region. Und jetzt hören wir, der Tönnies will das Gegenteil, der will nämlich Steuerhilfen haben, im Zweifel, weil er natürlich ganz enorme Ausfälle da hat im Moment, Corona-bedingt. Das klingt nach einem ziemlichen Unterschied innerhalb von drei Wochen von Haften bis zur Staatskohle. Also ich finde das skandalös, ehrlich gesagt. Was der Tönnies da macht, in seinem Konzern gibt es unmögliche Bedingungen, was Arbeits- und Wohnbedingungen angeht. Da findet richtige Ausbeutung statt. Er hat eine Menge damit zu tun, dass wir da so einen Corona-Hotspot auch hatten. Und so jemand braucht nicht staatliche Hilfe durch Steuergelder, sondern da sollte er zur Verantwortung gezogen werden. Vielleicht kommt da irgendwann mal staatliche Kostenlogie, wenn das verfolgt wird. Das sagen Sie immer, bisher konnte ihm aber gar nicht nachgewiesen werden, was er rechtlich falsch gemacht hat. Deswegen, Günter Oettinger, auch an Sie nochmal die Frage, bevor wir hier zumachen. Moment, dass die Gesetze nicht beachtet werden, das konnte man schon sehen. Die Gesetze werden missachtet dort, das ist ja gar keine Frage. Und dem muss nachgegangen werden mit aller Konsequenz. Und ich finde das unverschämt, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler da heranziehen zu wollen dafür. Das ist ja gar keine Frage.